So, okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Hallo erstmal, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Vortrag zum Thema Recalls. Mein Name ist Raphael Schmid, die meisten von Ihnen werden mich ja kennen, bei einigen war ich in der Praxis schon. Ansonsten habe ich wahrscheinlich mit den meisten schon telefoniert, also ich mache Installation und wenn ich nicht unterwegs bin, sitze ich im Support. Im Büro und ja, denke, wir haben uns alle schon mal gehört. Unterstützt bei meinem Vortrag hat mich der Felix Schiemer, da in der Ecke, ist einer unserer neuen Kollegen, der ja in Zukunft praktisch dasselbe machen wird wie ich. Das heißt, wenn Sie in Zukunft anrufen, kann es sehr gut sein, dass Sie den Herr Schiemer am Apparat haben. Genau, unser Thema Recalls. Sie haben gesehen, das ist als Expertenthema eingestuft. Das hat den Grund, weil es sehr vielfältig, sehr komplex ist. Also wir werden über Statistiken reden, wir werden über Custom-Karteieinträge reden, wir werden über Briefvorlagen und verschiedene Sachen reden. Und da wir halt jetzt nur eine begrenzte Zeit haben, sag ich mal, erfordert das in gewissen Bereichen schon eine gewisse Vorkenntnis, um das alles zu verstehen. Ansonsten werde ich viel zeigen, viel erklären, was es so gibt und dann nur auf ein oder zwei Sachen etwas tiefer und genauer eingehen. Wenn Sie dann halt noch spezielle Fragen haben zu irgendeiner verschiedenen Arten von Recalls, sag ich mal, müssen wir das dann sehen, dass wir das im Einzelgespräch oder so in der verbleibenden Zeit oben an den Tischen noch klären können. Genau, also mein Vortrag wird in zwei Teile geteilt sein. Der erste Teil wird eine kurze Präsentation sein, was es so gibt und im zweiten Teil werde ich dann im Tomedo direkt nochmal ein Beispiel, wie sowas funktionieren kann, nochmal etwas detaillierter darstellen, zeigen. Ja, der Begriff Recall ist in den Praxen recht unterschiedlich belegt. Also ganz, ja, ich komme halt oft in Praxen und die sagen, wir müssen noch Recall einrichten. Was bedeutet das denn für Sie? Wörtlich übersetzt bedeutet Recall einfach nur Rückruf. Für uns in Arztpraxen ist es natürlich viel mehr. Es ist in irgendeiner Form eine Benachrichtigung bzw. Wiedereinbestellung der Patienten. Grundsätzlich gibt es da zwei Varianten. Ich habe es jetzt mal passiv und aktiv genannt. Bedeutet einfach passiv heißt, ich warte, bis der Patient zu mir kommt und erinnere ihn dann daran, du musst ja noch Krebsvorsorge oder du musst ja noch das und das machen. Die andere Variante ist aktiv. Das heißt, der Patient sitzt zu Hause, weiß überhaupt nicht, dass er zu mir kommen muss oder irgendwas und ich schreibe ihn an, rufe ihn an, wie auch immer die verschiedenen Möglichkeiten. Schauen wir uns dann gleich an. Zum passiven Recall, das heißt, die Variante Patient kommt zu mir und wenn er da ist, will ich ihn erinnern, habe ich jetzt mal ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir das in Tomedo abbilden können. Eine Variante wären die organisatorischen Kave, also dass man es eben als organisatorisches Kave hinterlegt. Da ist der Vorteil, es poppt mir in dem Moment, wo ich den Patienten aufrufe, direkt auf, also springt mir ins Gesicht, sodass ich das nicht weiter übersehen kann. Eine andere Möglichkeit wäre so eine Benachrichtigung in die Patienteninfo, dass ich sage, da ist hinterlegt, immer wenn der Patient kommt, möchte ich ihn an irgendwas erinnern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das eben über einen Karteieintrag zu machen, den man dann im Idealfall farbig markiert, dass er einem ins Auge springt und gegebenenfalls auch in die Zukunft legt, dass er immer oben ist. Das Früherkennungsmodul funktioniert etwas anders. Die drei ersten Varianten waren ja alles Varianten, wo Sie selbst irgendwie hinterlegen, der Patient muss erinnert werden, zurückgerufen werden oder in dem Fall erinnert werden, weil es war ja der passive Recall, wenn der Patient kommt. Die dritte Variante über das Früherkennungsmodul ist praktisch automatisiert, das heißt, das Früherkennungsmodul erkennt, wann wurde eine Leistung das letzte Mal abgerechnet, eben gerade die regelmäßigen Sachen, die Vorsorgeuntersuchung. Und wenn der Zeitraum rum ist, das heißt, der Patient ist wieder dran, fängt das an zu blinken. Wenn ich dann auf den Button draufgehe, sehe ich eben, wann war die letzte, vorletzte Untersuchung von dem jeweiligen. Da kann ich mir auch selbst eben noch Untersuchungen, Sachen hinterlegen. Wichtig ist, ich beziehe mich immer auf eine Leistung. Also ich kann das sowohl mit GOE, EBM oder HZV-Leistung machen, das funktioniert alles. Aber ich brauche halt immer eine Leistung als Referenz, zu der ich dann den Abstand messe, wie lange ist das her. Kann ich kurz fragen, wie lange vorher, bis das Blinken anfängt, kann man nicht verändern, oder? Nein. Ich glaube nicht. Also das wäre für unsere Zettel. Lassen wir es mit aufnehmen. Genau. Welche Variante jetzt davon die richtige oder die beste für Sie ist, hängt ganz davon ab, wie Sie Ihre Kartei gestalten. Bei manchen Praxen ist das Infofeld so voll, dass das da gar nicht auffallen würde. Man muss schauen, was wird eventuell für die organisatorischen Kabel sonst so benutzt, oder wie sieht die Kartei an sich aus. Also das kann man nicht allgemein sagen, das ist das Beste, das kommt einfach darauf an, was Sie sonst so in der Kartei haben. Eine weitere Variante, die jetzt neu ist, die ich hier noch gar nicht mit aufgeführt habe, worüber die letzten Tage wahrscheinlich Sie schon einiges gehört haben, sind die Patientenmarker, wo ich eben auch eine Markierung hinterlegen könnte, um eben zu sehen, wenn der Patient bei mir auftaucht, bei dem ist noch was. Dann kommen wir zu der wahrscheinlich interessanteren oder spannenderen Variante, der aktive Recall, das heißt, ich möchte den Patienten benachrichtigen. Wenn ich das mache, muss ich mir grundsätzlich zwei Fragen stellen, nämlich erstens, wer soll benachrichtigt werden und die zweite Frage, wie soll das geschehen? Die erste Frage beantwortet mir meistens eine Statistik oder in der Regel eine Statistik, mit der ich mir eben die Liste von Patienten erzeuge, die ich benachrichtigen möchte. Da gibt es verschiedene Varianten, das ist teilweise dessen geschuldet, dass es verschiedene Praxen gibt, die eben in ihrem Altsystem schon ein Recall-System hatten, was unterschiedlich gehandhabt wurde und wir haben eben versucht, die Möglichkeit zu schaffen, das immer weiterzuführen, egal wie es im Vorsystem gelaufen ist, deshalb gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass ich einen Karteieintrag in der Zukunft anlege, das heißt, ich lege einen Karteieintrag mit dem Datum, also wie ich es genau mache, ob ich das Datum wähle, an dem ich den Patienten erinnere oder das Datum wähle, an dem er dann tatsächlich zu mir kommen soll, ist auch wieder im Prinzip egal, da muss ich dann nur meine Abfrage entsprechend anpassen. Dann gibt es die Variante, dass ich Karteieinträge in der Vergangenheit, also wenn ich heute einen Eintrag mache, dass ich sage, Recall in sechs Monaten und dann praktisch eine Statistik mache, wenn ich heute den Recall machen möchte, wer hatte denn vor sechs Monaten einen Eintrag mit Recall in sechs Monaten. Wichtig hierfür ist, dass ich jeweils die richtige Statistik verwende. Also unter Verwaltungsstatistiken gibt es ja diese schöne lange Liste mit Statistiken und da ist wichtig zu beachten, welche Statistik ich benutze. Das Problem ist, wenn ich die falsche Statistik benutze, kann es bei Patienten, die mehrere Recall-Einträge haben, zu Fehlern kommen. Aber wenn ich es eben so mache für Karteieinträge in der Zukunft über die Karteieintragsstatistik, bei der Variante Karteieinträge in der Vergangenheit über die Recall-Liste, das heißt, die Statistik mache, dann kann es da, ja, dann funktioniert das. Die, ja, eine dritte Variante wäre, dass ich das wieder anhand von Leistungen mache, also dass ich nicht selber festlege, der und der Patient soll benachrichtigt werden, sondern dass ich eben aufgrund der Leistungen, die der Patient in der Vergangenheit bekommen hat, eben eine Statistik ausführe, wo ich sage, ich möchte jetzt alle Patienten, wo die letzte, ja, Hautkrebsvorsorge anderthalb Jahre her ist, eben als Statistik, als Liste haben und kann die dann benachrichtigen. Genau, die zweite Frage wäre jetzt, wie möchte ich die Patienten benachrichtigen? Auch das hängt ein bisschen von der Praxis ab, von der Größe vom Patientenaufkommen und auch davon, wie bisher die Stammdaten gepflegt sind. Ja, eine Variante wäre, ich schicke einfach an alle Patienten einen Brief, also einfach, ja, aus der Liste könnte ich direkt einen Serienbrief erstellen, wo ich dann eben an alle einen Brief schicke. Ich habe die Möglichkeit, eine Serien-Mail zu verschicken, das werde ich dann auch gleich noch im Detail zeigen, wie das funktioniert, wie das eingerichtet wird, dass man eben an alle Patienten, die eben das betrifft, eine Mail rausschickt. Außerdem habe ich die Möglichkeit, das per SMS zu machen. Da ist es dann halt wieder notwendig, wenn ich das machen möchte, dass ich eben das SMS-Modul, also ein SMS-Kontingent habe, um diese Mails zu verschicken. Und ja, dann gibt es sozusagen noch die, ich sage mal, händischen Varianten, dass ich mir zum einen diese Liste erzeuge und dann individuell entscheide, den will ich anrufen, dem will ich einen Brief schicken oder ich gehe halt her und telefoniere die Liste ab. Und das kommt, wie gesagt, auf die Praxisgröße an und vielleicht auch darauf, was es für ein Recall ist. So, das wäre es jetzt sozusagen in der Theorie erstmal. Wir würden jetzt zum praktischen Teil übergehen. Genau, dazu habe ich hier jetzt meinen Herr Mustermann. Die Variante, die ich jetzt beschreibe, wäre die Variante Karteieintrag in der Zukunft. Das heißt, ich habe mir hier einen Karteieintrag erstellt, VU für Vorsorgeuntersuchung. Wenn ich da draufgehe, kann ich hier auswählen, in was für einem Abstand möchte ich denn den Eintrag haben. Ich mache jetzt mal in dem Beispiel in einem Monat, weil darauf meine Statistik dann abzielt. Und hier kann ich dann hinterlegen, für was ist denn der Recall. Wie der Karteieintrag aussieht, schauen wir uns dann gleich an. Ich würde jetzt aber das erstmal sozusagen einmal durchmachen. Gibt es eine Querbenetzung zu dem Früherkennungsbutton, wenn der Hautkrebscreening auch bei Früherkennung definiert ist? Ist das übernommen? In dem, so wie es jetzt hier definiert ist, nicht. Die Variante, die ich habe, ist wirklich nur, macht das, was ich eintrage. Im Endeffekt macht das Früherkennungsmodul nicht viel anderes als eine Statistik ausführen. Das heißt, ich könnte dieselbe Leistungsstatistik machen, um mir die Liste zu erzeugen mit allen, die dran sind. Ja, also ich würde jetzt die Variante hier sozusagen erst einmal durchspielen. Fragen zu den anderen Varianten können wir dann gleich noch machen. Also, was ich jetzt mache, um die Liste zu erstellen, habe ich mir hier einen Statistikbutton hinterlegt, der mir eben meine Liste mit zu recallenden Patienten erzeugt. Das ist eine relativ aufwendige Anfrage, deshalb dauert die, ja, 10 Sekunden, haben Sie ja gerade gesehen. Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt habe ich die ganzen Patienten, die sozusagen im nächsten Monat zu mir kommen sollen, die ich benachrichtigen möchte. Wie kann ich das machen? Ich habe mir jetzt sozusagen schon abhängig davon, welche Daten ich habe. Ich sehe jetzt, bei dem habe ich Handynummer und Mailadresse, bei dem habe ich nur eine Handynummer, bei dem habe ich weder noch. Um das eben abzudecken, dass ich alle benachrichtigen kann, egal was ich von ihnen habe. Ziel wäre natürlich, dass ich von allen alles habe, aber das müssen Sie an der Anmeldung klären. In der Realität ist es ja so, dass man oft nicht alle Daten hat. Das kann man so machen, dass man sich dann verschiedene Filter anlegt, für die verschiedenen, ja, sozusagen den verschiedenen Datenstand. Ich hätte jetzt hier den Filter Mail, wo ich alle Patienten, wo ich eine Mailadresse habe, eben bekomme und könnte jetzt an die eine Serienmail schicken. Das geht über Aktion, E-Mail an alle Patienten der Liste verschicken. Dazu ist es zum einen wichtig, dass Ihr Mail-Account im Tomedo hinterlegt ist, weil, ja, sonst können Sie keine Mail als aus dem Video schicken. Und zum anderen muss da eben eine Vorlage hinterlegt sein. Da können Sie auch verschiedene Vorlagen hinterlegen, um eben eine Mail zu versenden. Und dann kann ich sagen, okay, sofort verschicken und dann bekomme ich eben, ja, hier die Meldung, dass diese Mail verschickt wird. Äquivalent kann ich eben bei den anderen vorgehen, nur dass ich da eben nicht auf Mail verschicken gehe, sondern, gut, hier ist jetzt das SMS-Modul in meiner Testumgebung nicht freigeschalten, deshalb ist der Punkt ausgegraut, aber wenn ich das habe, kann ich hier eben SMS auswählen, beziehungsweise für die, wo ich gar nichts habe, könnte ich es als Brief machen. Auch da ist es so, dass ich eine Brief, hier aus Listen einen Serienbrief generieren, auswählen könnte, wo ich eben die entsprechende Briefvorlage für diese Statistik machen könnte. Und wenn ich die E-Mail geschrieben habe, sind die denn automatisch aus der Liste raus, dass ich die restlichen noch per SMS oder Brief erreiche, oder muss man sich das irgendwo vermerken? Wir sehen es jetzt hier im Patienten, ist es so eingestellt, zeige ich gleich, wie man das macht, dass automatisch ein Eintrag, dass eben die Erinnerung an diesem Tag rausgegangen ist, wird in die Kartei, ja, in der Kartei hinterlegt. In der Kartei schon, aber sozusagen, es macht jetzt heute eine Helferin, diese Recall-Liste, und verschickt, nächste Woche verschickt nochmal, aber auch, weil sie nicht wusste, dass sie noch mal rauskommt. Gehen die dann nochmal raus? Kommt drauf an, wie man die Statistik macht. Also man müsste dann die Statistik so anpassen, dass man von dieser Liste nochmal die, die muss man dann einstellen, wie möchte man es, wer in den letzten zwei Wochen schon eine Mail bekommen hat, oder wer im letzten halben Jahr eine Mail bekommen hat, muss man sich natürlich definieren, den Zeitraum, und kann dann alle, die eben die Mail schon bekommen haben, von der Liste abziehen. Ja, ist halt auch wieder eine Definitionsfrage. Jetzt habe ich glaube ich trotzdem was Grundsätzliches nicht verstanden. Sie machen, die Patientin kommt heute am 18.12.17, Sie machen diesen Karteieintrag vor, und sagen, in einem halben Jahr soll die wiederkommen. Wann erscheint die in meiner Recall-Liste? Das kommen wir gleich dazu. Schauen wir uns gleich an. Ich würde jetzt Stück für Stück die Sachen, die ich jetzt benutzt habe, einmal erklären. Das erste, was ich ja gemacht habe, war dieser VU-Eintrag. Das ist ein Custom-Karteieintrag, zu finden unter den Karteieintragstypen. VU. Das erste, das erste Feld, das sozusagen das Spannende, ist vom Typ Karteidatum verschieben. Das war dieser Button, wo ich sagen kann, plus halbes Jahr, plus Monat, plus was ich möchte. Also das ist hier wichtig, dass man sich ein Feld mit Karteieintragsdatum verschieben hinlegt, um eben den Karteieintrag auf das Datum automatisiert zu bekommen, wo ich es hinhaben möchte. Außerdem kann ich jetzt hier in dem Eintrag noch weitere Felder, wo ich noch weitere Informationen zum Recall anlegen kann, beliebig definieren. Ich habe jetzt in dem Fall einfach noch ein Auswahlfeld hin, wo ich mir die verschiedenen Recalls zur Auswahl eben hinterlegt habe. Aber auch, ja, da kann man beliebig das noch erweitern, wenn man eben da noch mehr Informationen drin haben möchte. Wo drüber denn erweitern? Mit Plus-Button? Ja. Okay, also das war jetzt eben die Custom-Karteieinträge im Detail, kann man jetzt eben nicht machen, aber geht hier im Karteieintrag, kann hier erweitert und angelegt werden. Genau. Das zweite, was ich jetzt gemacht habe, war dieser Button. diese Statistik. Die Statistik-Button, die ich hier fest hinterlege, funktionieren immer so, dass ich eine Statistik, ja, die ich eben mir aussuche, da einen Filter hinterlege und das dann als Button abspeichere. Das war in dem Fall eine Karteieintrags-Statistik. Da habe ich jetzt den Filter Recall hinterlegt und in meiner Definition war es jetzt so, ich möchte alle, die von heute in einem Monat bis von heute in zwei Monaten sozusagen in dem Zeitfenster benachrichtigen, also in dem Zeitfenster ihren Eintrag haben, die möchte ich benachrichtigen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, ob man eben hinterlegt, den Zeitpunkt, wo man Recall möchte oder den Zeitpunkt, wo man einbestellen müsste, dementsprechend müsste man hier das Datum anpassen. In dem gespeicherten Filter wird das Datum immer in der Referenz zu heute beibehalten. Das heißt, morgen steht dann vom 19.12. bis 19.1. Ja, den Filter speichern grundsätzlich kann ich einfach hier, wenn ich es mir hier eingestellt habe, wie ich es will und dann Filter speichern unter und dem einen Namen geben. Genau, also darüber definiere ich, wer kommt in meine Liste. Um den Knopf zu kriegen, muss ich jetzt noch in die Statistikverwaltung. In der Karteieintragsstatistik kann man sich jetzt hier unten mit Plus-Button, beliebige Button anlegen, kann man auch mehrere zu einer Statistik, kann hier sagen, wie soll der Button heißen und dann noch auswählen, welcher Filter. Also hier hat man die Auswahl mit den vorgespeicherten Filtern. Welcher Filter soll benutzt werden? Die nächste Sache, die ich benutzt habe, ist die Mail sozusagen zu schreiben. Da wie gesagt, als erstes muss mein E-Mail-Konto mit Tomedo verbunden sein, also ich muss hier meine entsprechenden Mail-Daten hinterlegen, damit das prinzipiell funktioniert und dann muss ich eine Mail-Vorlage einrichten. Auch hier wieder mit Plus kann ich neue einrichten, kann dem einen Namen geben, wähle ich hier mein Mail-Konto aus, wenn mehrere hinterlegt sind, über welches diese Mail verschickt werden soll. Könnte ich hier auch noch mal immer eine Kopie an irgendjemanden schicken, brauchen wir in dem Fall wahrscheinlich eher nicht. Kann hier einen Betreff hinterlegen und hier diese Auswahl ist sozusagen dafür da, dass dann diese Kartei, Entschuldigung, dass dieser Karteieintrag hier entsteht. Also kann ich bestimmen, hinter was für ein Typ eben die Benachrichtigung hinterlegt wird. Genau, hier kann ich, wir waren hier bei dem Text, der Text funktioniert im Prinzip wie eine Briefvorlage, das heißt, ich kann hier genauso diese Kommandos mit dem Dollar-Eckige Klammer und so weiter, wie Sie die aus den Briefvorlagen kennen. Hier hätte ich auch noch mal Zugriff auf die Kommandos, dass ich mir da irgendwas raussuchen kann. Ansonsten ist es natürlich halt, ja, möglichst normalfesten Text zu hinterlegen. Das funktioniert mit den SMS-Vorlagen ja im Prinzip genauso, nur dass eben, das ist versteckt unter dem Reiter, also unter Kalender sind die SMS-Vorlagen, weil die, ja, ursprünglich oder hauptsächlich dafür gebaut wurde, um aus dem Kalender SMS zu schreiben, aber die SMS-Vorlagen funktionieren eben aus der Statistik genauso. Ja. Wenn das in Sachen der Doktor nicht verschickt, ne, ne, also Sie hatten ja jetzt einigen Patienten, für die ich in die E-Mail hinterlegt war und auch die Telefon. Genau. Also in dieser Statistik-Liste meine ich nicht. Die, nicht, dass der da die SMS um die E-Mail oder um die Mietkrieg hat. Ne, da muss man sich halt die Filter so setzen, dass das eben nicht passiert. Ich zeige es mal eben, wie ich es in dem Beispiel gemacht habe. Ich habe jetzt Mail, alle, wo ich, also alle, die eine Mail haben, sollen eine Mail kriegen. Alle, die eine Handynummer haben, aber keine Mail, das ist jetzt der Filter Minus-Ad, da in jeder E-Mail-Adresse eine Ad vorkommt, sind dann nur diejenigen ohne Mail-Adresse und in jeder Handynummer kommt eine Null vor. Deshalb sind hier alle, die dann eben eine Nummer drin stehen haben und im Filterbrief habe ich eben die, die keine Mail-Adresse und keine Handynummer haben. Kann man es dann irgendwie so einstellen, wenn der Konzenter schon sagt, er hat zwar eine E-Mail-Gott und ich glaube, mit dem SMS getrunken? Da muss man sich Gedanken drüber machen, wie man das intelligent hinterlegt. Könnte man, ja, kommt jetzt auch wieder darauf an, was Sie sonst so benutzen, könnte man zum Beispiel in einem patientenspezifischen Auswahlfeld machen und das würde ich hier in der Statistik im Ergebnis mit angezeigt und dann könnte ich eben nach diesem Auswahlfeld filtern. Aber dann muss ich es halt bei jedem Patienten mit angeben. Ja. Nee, die Akte ist nicht aufgegangen. Das war die, die offen war. Also es geht keine Akte da auf. Der Eintrag wird automatisch angelegt. Ja, das ist richtig. Wenn Sie eine falsche Mail haben, wird der Eintrag trotzdem, also Also wenn Sie eine Mail verschicken, die nicht ankommt, würde ja Ihr Mail-Provider eben sagen, Mail verschickt nicht erfolgreich. Er macht trotzdem den Eintrag, weil er das ja praktisch an den Mail-Server übermittelt hat. Also er macht es in dem Moment, wo es übermittelt. Also muss ich den Postausgang sozusagen mit der Ausgangsrichtlinie vergleichen, ob es auch nicht stimmt? Na, mit der Wenn ein Fehler ist, werden Sie ja benachrichtigt. Also solange kein Fehler kommt, hat es geklappt. Ja, also wenn, wie gesagt, noch, es sollte jetzt erstmal so ein relativ grober, großer Überblick, dass Sie ein bisschen sehen können, was, wie, wo geht. Im Detail werden wir das wahrscheinlich dann erst im Einzelgespräch machen können. Also ich kann, das ist jetzt sozusagen ein, ja fast anderes Thema, die SMS-Benachrichtigung über den Kalender. Da kann ich verschiedene Sachen definieren, nach Kalender oder Terminart und wenn Sie sagen, Sie haben für die neue Patienten eine eigene Terminart, dann können Sie das machen. Voraussetzung dafür ist aber, dass Sie auch die neue Patienten schon als Patienten anlegen. Ansonsten können... Also ich kann ja nicht sagen, die Patienten aus der Speise und schicken die SMS. Naja, die Patienten. Die haben noch keine Parteisage. Die stehen nur mit Namen, Telefonnummer im Kalender. Ist nicht möglich. Das ist aber eine Sache, die ich zumindest den Praxen, wo ich jetzt bin, eigentlich nahelege für neue Patienten. Legen Sie einfach die Akte an. Weil Name, gut, das Geburtsdatum brauchen Sie zusätzlich, aber dann können Sie Name, Geburtsdatum, Telefonnummer in der Akte hinterlegen. Das wird automatisch im Termin übernommen. Im Termin müssten Sie es sowieso abfragen. Das heißt, Sie haben keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand, haben aber die Akte schon angelegt. Das hat außerdem den Vorteil, dass der Patient, wenn er dann kommt, schon direkt mit dem Termin verknüpft ist. Also wäre so mein allgemeiner Hinweis, ist meines Erachtens sinnvoller, immer den Patienten direkt anzulegen. Untertitelung des ZDF, Vielen Dank.